Hallo zusammen, da sind wir wieder zurück bei der Spannung, mitten in der Spannung, ähm, diesmal, so wie es aussieht, im zweiten. Wir können hier erstmal alles hin, hier so rumliegt, kann man immer wiederholen. Wir müssen Deadman finden, da hat man so gesehen, der Kriegsveteran scheidend, ähm, mehr oder weniger eingelöst, nicht hinter uns, sondern hinter dem, den wir in der Spannung haben. Wenn wir schon gesehen, wie er an irgendeinem Geheimnis hat, das letzte Mal. Oh mein Gott. Ah, nicht vom Panzer überrollen lassen. Diese Soldaten selbst können wir hier nicht viel anhaben, aber... ...und andere. Diese Einschläge und alles, ne? Die können uns ganz schön zusetzen. Das war gar nicht, wo ich eigentlich hin musste. Ich mach das jetzt mal anders. Wir müssen... Wo müssen wir denn hin? Hier irgendwo ist er. Treffpunkt mit Deadman hier. Kanalisation. Hm, 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 hm. Das war so ne Brücke. Wo man rein ist. Einmal... Wie weiß ich, oder? Hopp. Da gehts nicht lang. Da gehts nicht lang. Äh... In den Drahten. In den Drahten. In den Drahten. Ich mach das, hinten. In den Drahten. In den Drahten. In den Drahten. Diese, dass h*** deiner Kurse ä、、... Oh. Okay. Ist nur die Frage, wo lang ist. Ne, da sitzt es nicht lang. Ok, also der Odradec, der hilft uns gerade nur so viel, dass er als Taschenlampe dient. Was eigentlich gar nicht verkehrt ist, wenn hier ohne Deckung ist. Also er leuchtet jetzt nur, er zeigt uns jetzt nicht die richtige Richtung an. Da laufen ein paar Rannen lang. Ich gehe da auf die Hände und wollte es bleiben. Das ist ein richtig unheiliges Brot. Die Zöne so, die in Kanalisationen kommen. Oder auch Szenenkanalisationen. Die ja sollten gut auf. Oh, schau mal. Oh, das ist ein grünen Vogel. Schaut mal. Okay. Wo seid ihr denn? Hey, da ist ne Leib in ihr Treffer. Gefunden! Hoffentlich! Vielleicht ist das ein besonderer Strand für im Kampf gefallene Soldaten. Vielleicht sollten wir schnellstens verschwinden. Ja. Ich bin überrascht. Ich dachte, du hättest Baby schon entsorgt. Gutes Werkzeug wegwerfen? Niemals. Und? Teil dir noch Erinnerungen? Verstehe. Warte hier. Ich muss mich wohl um andere Erinnerungen kümmern. Ich erledige ihn. Dann kommen wir beide hier raus. Weißt du, Sam, ich beginne zu verstehen, warum Baby dir so wichtig ist. Ach? Es ist nur ein Werkzeug. Sein Leben und Tod sollten nicht von Belang sein. Aber trotzdem haben wir eine Bindung aufgebaut, nicht wahr? Es ist mehr als ein Werkzeug. Es heißt Lou. Lou, hä? Schöner Name. Bleibt mir da nicht schon im Kopf steckt. Haha. Haha. Tatsächlich. Der ist geschwitig. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh. So, dann müssen wir jetzt hier wieder rausfinden. und wie wir das auch schon kennen und wie wir das auch schon kennen Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. 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 Das war's.